Na, ihr? Finn, was musst du denn hier? Ja, ich dachte, wir machen jetzt einen Beitrag. Oh, ja. Okay. Ja, also, wir sind hier auf dem Platz vor der Überwasserkirche und besuchen das diesjährige Münsteraner Weinfest. Ich würde sagen, gucken wir mal, was uns erwartet. Was uns erwartet. So, bis jetzt sind wir an allen Weinständen vorbeigelaufen, aber haben jetzt auch mal endlich Lust, was zu probieren. Ja, wir sind jetzt hier bei dem ersten Weinstand und wollen uns jetzt einfach mal überraschen lassen, was es hier für ein Angebot gibt. Was können Sie uns denn empfehlen? Ja, also, wir haben hier den Weißwein von der Eigenmarke Smells Like Wine Spirit und ich würde euch einfach mal mein Lieblingswein empfehlen und gucken, ob der euch gefällt. Sehr gerne. Was sind denn so die Eigenschaften von diesem Weißwein? Ja, der ist besonders fruchtig und hat extrem wenig Säure, deswegen mögen wir es besonders, ja, im Sommer wird er super gerne, deswegen als Treffung. Ja, wir sind jetzt hier am Frankreichstand. Was genau bedeutet das denn hier? Das bedeutet, dass wir an einem der zwei großen Weinzelte sind, die wir immer nach Regionen der Welt aufgeteilt haben und es hier eben an dem Stand, wo wir gerade stehen, vorwiegend französische Weine gibt. Französische Weine spielen häufig viel mit so einem schönen Säure- und Cremigkeitsspiel zusammen. Das bedeutet, die sind häufig sehr frisch, aber wirken, wenn man den Wein trinkt, sehr elegant. Ja, an meiner Seite habe ich jetzt einen der Veranstalter hier vom Weinfest. Sag mir doch mal, was ist denn das wirklich Besondere hier am Weinfest? Also, ich würde behaupten, dass das Besondere hier tatsächlich das Publikum ist. Es ist ein sehr junges Publikum, ein sehr neugieriges Publikum und obwohl nicht viele Ahnung von einem Wein haben, haben die trotzdem alle tatsächlich Bock drauf, hier hinzukommen. Der Wein ist sehr gut, die Musik ist gut, das Wetter ist gut, alles ist super. War ehrlich gesagt eine Empfehlung. Schönes Wetter und Durst. So sieht es aus, ja. Der Wein schmeckt, tolles Wetter, viele nette Menschen, es ist gut. Ja, das war es vom diesjährigen Weinfest. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Tabea, wie hat es dir denn gefallen? Mir hat es auch mega gut gefallen. Wir konnten viel probieren, viele Eindrücke sammeln, ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch eine Flasche geschenkt bekommen und die genießen wir jetzt noch zu zweit. Das war gut. Trinkend. Das war gut.